Es gibt ein Versprechen in dieser Welt, ein Versprechen gibt es in dieser Welt, auf das man sich immer verlassen kann, egal wer man ist, egal woran man herkommt und egal woran man glaubt. Ein Versprechen. Und dieses Versprechen lautet, dass harte Arbeit und Entschlossenheit einem dabei helfen, seine Ziele zu erfüllen. Harte Arbeit und Entschlossenheit. Was ist harte Arbeit? Harte Arbeit ist nun mal die Fähigkeit, jeden Tag aufs Neue an sich zu arbeiten, keinen Tag auszulassen, beständig sich zu perfektionieren, beständig daran arbeiten, das was man will auch zu kriegen. Wenn du wirklich das, was du willst, auch kriegen willst, musst du jeden Tag dafür arbeiten. Das ist harte Arbeit. Das ist harte Arbeit. Nicht nur zwei, dreimal die Woche, jeden Tag. Ausnahmslos. Egal was, sei es, wenn du Musiker werden willst, wenn du erfolgreicher Kampffspieler werden willst, erfolgreicher Tennisspieler werden willst. Jeden einzelnen Tag gilt es, die Kunst zu perfektionieren. Ausnahmslos. Das ist harte Arbeit. Was ist Entschlossenheit? Entschlossenheit ist der Wille, etwas Bestimmtes zu tun. Der Wille, also seinen Traum, seine Ziele zu erfüllen. Das ist Entschlossenheit. Egal wie schwer es ist, trotzdem dann Glauben, seinen Traum, seine Ziele zu erfüllen. Zum Beispiel jetzt diese aktuelle Situation. Überall ist der Virus, dies, das. Die Menschen sind in Panik. Jemand, der entschlossen ist, gibt absolut keinen Fick. Jemand, der entschlossen ist, wird Wege finden, seinen Traum, seine Vorstellungen zu erfüllen. Je nachdem, was du machen willst, kann es sein, dass es etwas schwieriger ist oder etwas leichter ist für dich. Denn ich weiß ja nicht, was du genau machen willst. Was ich weiß und woran ich glaube, ist, dass es immer einen Weg gibt. Solange du gesund bist, keine Behinderung vorweist, genügend Geld hast, damit du überhaupt essen kannst, glaube ich daran, dass es immer einen Weg gibt, um das, was du willst, zu erfüllen. Das ist mein Glaube. Harte Arbeit und Entschlossenheit. Das ist das einzige Versprechen, das dir diese Welt gibt. Harte Arbeit und Entschlossenheit. Mit diesem Versprechen kannst du alles schaffen, was möglich ist in dieser Welt. Das ist das einzige Versprechen. Die einzige wirkliche Wahrheit, die es gibt. Harte Arbeit und Entschlossenheit. Hard Work and Dedication. Das ist das Versprechen dieser Welt. Glaube dran und werde erfolgreich. Glaube nicht dran und werde nicht erfolgreich. Es ist deine Sache. Und ich sage es immer wieder. Seid ultimativ wie der Ultimate Michel. Und ich sage es immer wieder. Und ich sage es immer wieder. Vielen Dank.